Haben die Aktienmärkte ihren Boden jetzt wirklich schon gefunden? In den USA spricht man schon von einem neuen Bullenmarkt, weil wir vom Tief, diesem wahnsinnig schnellsten Bärenmarkt der Geschichte, praktisch jetzt auch schon wieder in einem Bullenmarkt sind, weil wir vom Tief zu Tageschluss gestern 21% gestiegen sind. Aber ist das wirklich der Boden? Manuel Koch spricht bei Inside Markets an diesem Freitag mit André Stagge. Der ist Portfolioverwalter und ich hatte das Glück, den André im Januar auf einer Veranstaltung kennenzulernen. Es ist ein feiner, sehr netter Kerl und der hat vor allem was auf dem Kasten. Und der André sagt, nein, das ist nicht der Boden. Und er verweist dabei vor allem auf den Anleihemarkt und sagt, da wird es noch gewaltig rappeln. Und wenn es am Anleihemarkt rappelt, dann wird es auch bei den Aktienmärkten rappeln. Also schauen Sie da rein, das lohnt sich. Denn der André hat hier Gewichtiges zu sagen. Und ich wünsche jetzt erst schon mal ein wunderbares Wochenende und sage Servus und Ciao. und ich wünsche euch jetzt noch ein paar Worte, und ich wünsche euch jetzt noch ein bisschen an,